I'm gonna make some Pancakes Und schon haben wir den fertigen Teig Da ist ein Ei, guck mal Es ist etwas, etwas trocken What the fuck is this? Wer hat mir auf die Bartmann geschiss? Mausi, ich brauch deine Hilfe Wie geht denn das mit den Pancakes do? Mensch, Mausi Ich wollte Pancakes Pancakes Na also, wenn das nicht gut aussieht Mhm, mhm Grumpy Kid Das Basteln ist ganz schön schwer Grumpy Kid is dead Hallo ihr Lieben, hier noch ein paar Informationen Ich bin im Moment in der Prüfungszeit Deswegen ist es ganz schwierig, äh Was zu machen Ich bin noch fast nie daheim Deswegen ist alles To-Wa-Bo-Hu mäßig Aber ich schau mal, dass ich für nächste Woche Wieder einen Community-Abend ansetze Wahrscheinlich für Dienstag Genaueres wird dann aber nochmal am Sonntag kommen mit Informationsvideo Und bis dahin guck ich, dass ich Dass ich wieder Content erstelle, wisst ihr? Nicht so random Scheiße wie heute Aber heute habe ich auch wenig Zeit gehabt Und hab halt dann gedacht Ich filme das, was ich gerade mache Fertig Ja, gut, gut Dann, ähm, haut rein Ihr Schnittelwürste Wuhu!